Volksbegehren. Mehr als 87.000 wahlberechtigte Münchner haben sich bis Donnerstagabend für das Volksbegehren Rettet die Bienen eingetragen. Das entspricht einer Beteiligung von 9,5 Prozent in der Landeshauptstadt. Bayernweit waren es zum selben Zeitpunkt rund 700.000 Unterschriften. Das Volksbegehren Artenvielfalt läuft noch bis zum kommenden Mittwoch, den 13. Februar. Auch am Wochenende sind die sieben Eintragsmöglichkeiten der Stadt München zum Beispiel im Rathaus von 10 bis 16 Uhr geöffnet.